Liebe ist keine Selbstverständlichkeit. Wenn zwei Menschen sich begegnen, die einander bedingungslos lieben und vertrauen, dann ist das ein Riesengeschenk. Viele Menschen suchen ein ganzes Leben lang danach, um sie vielleicht ganz genau dann zu finden, wenn sie am wenigsten damit gerechnet haben. Und in diesem Augenblick ändert sich alles. Untertitelung des ZDF, 2020